Hallo meine lieben Freunde und herzlich willkommen zurück bei Monster Hunter 3 Ultimate. Und ich würde sagen, heute ist eine ganz besondere Folge, denn wir werden uns mal wieder um einen Boss kümmern. Äh, dazu möchte ich meine Megatränke, Tränke und alles auffüllen. Am besten mache ich das in meinem Stash, da habe ich ja noch genügend. Kein Grund ist hier irgendwas kaufen zu wollen. Hm, ich weiß nicht gegen welchen Boss wir antreten, aber auf jeden Fall wird es glaube ich etwas heftiger. Megatränke, können wir nur einen mitnehmen. Äh, haben wir noch normale Tränke? Ich glaube nicht, ne. Oh man, wir haben so viel Zeug. Kann man sortieren? Ja, kann man. Ah, perfekt. Ja, möchte ich gerne. Sprintsaft, äh, das ist cool für den Boss. I guess. Hm, nein. Reiniger? Ne, brauche ich auch nicht. Hm, hm. Äh, fährt all Giftstoffen, ich will so gering viel wieder her. Vollständig wieder her und steigert ihre maximale Stufe. So, das hier ist wiederum sehr interessant für einen Endboss. Äh, Ausdauerstärken. Hm. Ja, ich glaube das war es soweit. Schüpp. Weg hier. Und ich würde sagen, damit können wir uns schon die Quest begeben. Was gibt's denn so für schöne Quests mit Bossen? Schiffsrettung. Ich glaube, um Kuropeko in die Falle zu bekommen, das traue ich mir noch nicht ganz so zu. Ja, Schiffsrettung. Das heißt, wir müssen gegen einen, äh, Königslutros kämpfen, der relativ heftig ist. Glaube ich. Natürlich machen wir es. Gerne. Bam, bam, bam. Ja. Äh, wir nehmen Moesschwein und Jumbo Brot. Das gibt uns nämlich, äh... Nein. Nein. Scharf zu bleiben. Ja, das hier. Genau, das ist perfekt für Bossen. Ich schaue mal kurz, ob ich vielleicht meine Waffe noch kurz upgraden kann. Eventuell. Das wird, glaube ich, noch gar nicht mal so schlecht. Hopp. Äh, was brauche ich denn, wenn ich meine Waffe verbessern möchte? Bam. Äh, Großjaggiehaut. Hm. Könnte man auch mal irgendwann besorgen. Oder eine neue Waffe schmieden. Äh. Brauche ich noch einen Gutschein. Verdammt. Einen. Wo kriege ich denn einen Gutschein noch her? Hm. Naja. Lutroff-Paar wäre auch ganz gut. Da brauchen wir noch schwammige Haut und Aqua-Beutel. Äh. Das hier könnte man auch... Äh. Ja. Was wollte ich jetzt sagen? Farm. Aber nicht jetzt. Erst kämpfen wir gegen den Boss. Hm. Dekorationen können wir vielleicht noch was reinmachen. Bam. Schmieden. Ähm. Ja, das so. Genau. Dann möchte ich gerne... Äh. Verteidigen wäre, glaube ich, ganz gut. So zweimal. Das sollte okay sein. Machen wir mal eins hier rein. Ja. Und eins hier rein. Außerdem mache ich hier ein Schleif-Juwel rein. Juwel. Juwel. Wenn du denn schon. Und hier... Äh. Na, na gut. Kann man sammeln. Vielleicht auch noch was reinmachen. Oh. Wow. Meine neue Rüstung hat ja viel Platz. Das wäre cool. Kann ich sogar noch mehr schmieden. Äh. Was bräuchte ich noch? Erholgeschwindigkeit. Das ist noch ganz witzig. Ähm. Spürsinn. Das erhöht, glaube ich, die Chance, dass wir einen Monster von Anfang an sehen. Psycho-Serum. Genau. Das wollte ich noch mitnehmen. Äh. Das mal rein. Und hier. Ein Erholungs-Juwel. Wow. Ju-wel. Vielleicht kriege ich es ja mal irgendwann hin. Okay. Ich glaube, ich habe soweit alles. Vielleicht nicht ganz richtig ausgerichtet, aber passt schon. Äh. Psycho-Serum. Psycho-Serum. Ich glaube, wir müssen die Quest nochmal abbrechen. Oder kann man das hier kaufen? Nein. Shit. Okay. Ba-ba-ba-ba-ba. Äh. Ja, abbrechen. Und dann nochmal kurz hier rein. Ich glaube, wir haben nämlich noch ein Psycho-Serum auf Lager. Das würde sehr helfen. Ich weiß, ein bisschen Vorbereitung, aber das muss natürlich auch sein. Äh. Psycho-Serum ist ein... Wartet kurz. Ja. Haben wir den 1? Kälte, Reiniger. Warte mal. Psycho-Serum ist Lila. Ich sehe gerade kein lila Getränk. Okay. Farbbälle hätten wir. Äh. Beruhigungs-Bombe. Bringt uns jetzt aber, glaube ich, relativ wenig. Ähm. Verdammt. Wir haben keine. Okay. Vielleicht können wir kombinieren. Ähm. Dam, 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 dam. Brauchen wir nicht. No. Verdammt. Na gut, dann halt nicht. Schade. Das wäre jetzt sehr praktisch gewesen, aber gut. Man kann nichts machen, was man hier nicht herstellen kann. Richtig. Ja. Können wir zum Glück wieder schnell annehmen. So. Beine auf Nein gedrückt. Und ich würde sagen, nach 6 Minuten Vorbereitung geht es jetzt endlich los. Gegen einen Lutroth. Bruder kann jetzt auch nicht so in arg vielen verschiedenen Gebieten sein. Hier bekommen wir noch. Ach gut. So. Jetzt nehmen wir auf jeden Fall alles mit. Was ist das? Giftmesser. Puh. Das ist cool. Das kann man auf jeden Fall benutzen. Minio 2 Vorrat. Äh. Alle Elementscheiden heilt. Das ist politisch auch sehr schön. Und ich würde sagen, wir gehen direkt durch die Abkürzung. Die hier irgendwo war. Glaube ich zumindest. Ähm. Kann sein, dass er in 10 ist. Äh. In 8. So. Könnt ihr mir das gut vorstellen. Und am besten kommt man in 8 über die Abkürzung. Und mich nicht alles täuscht. Genau. Da ist kein Lutroth. Und vor allem kein Königs-Lutroth. Das sind aber neue Juwelen. Die ich haben möchte. Äh. Was zum Abbauern. So rum. Erzstellen. Keine Ahnung, wie man die richtig nennt. Pegalit-Erz. Juhu. Nice. Den brauchen wir sowieso mehr. Und die blauen hier. Die geben uns. Eisristalle eventuell. Na. Bisher nicht sehr viel anderes als die. Ja. Scheinen sogar schwächer zu sein. Oh. Ja. Doch. Bisschen schwächeres Loot hier. Okay. Dann gehen wir mal in 8. In den Unterwasserteil von 8. Oder den Wasserteil. Unterwasser ist der nicht. Schub. Eventuell. Hm. Kein König-Lutroth. Eindeutig nicht. Schade. Äh. Dann würde ich sagen. Gehen wir mal 9.10. Eventuell. Kann man am besten darüber. Tja. 9.10. Ist aber eigentlich auch was ganz anderes. Hm. So. Mal schon ein bisschen ausruhen. Ah. Nein. Fäck hier. Ja. Das könnte weiter dauern, bis wir die finden hier. Naja. Wir haben Zeit. Rüstisch, Leute. Dum 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 dum. Dahinten ist die. Ah. Eisenerz. Nicht machen wir einen Erz. Ausflug draus. Vielleicht kriegt ihr genug, um mir ein Psychoserum zu basteln. Auch wenn ich das garantiert nicht durch Steine bekommen werde. Wuhu. Ein bisschen Eisenerz. Naja. Besser als nichts. Richtig, Leute. Und Hochgläder, bitte. Kann man leider nicht trennen. So bei Zelda. Das Ausdauersystem fand ich eigentlich richtig cool. Beim, bei Wind Waker. Äh, bei Skyward Sword. Gehen wir erstmal zu 9 und 10. Und wir nehmen natürlich alles Eisenerz mit. Was soll's. Kann ich schaden, richtig. Wir müssen jetzt eh mal ein bisschen mehr farmen, weil die späteren Items brauchen einfach Unmengen an bestimmten Stoffen. Wobei das meistens Bossstoffe sind, aber auch so normale Sachen. Und, yo, go. Ah, bevor wir zum Lutrof kommen. Gut, dass ich noch nicht bei ihm war. Was essen. Vielleicht zweimal. Nice. Jetzt sind wir beim Maximum. Okay. Dann mal los. 9. Lutrof. Königs Lutrof. Eventuell. Hier gibt's doch mal kein Wasser, richtig. Ja. Doof. Doof. Stupidos. Äh. Gehen wir mal hier entlang. Dann kommen wir zumindest schnell zu 7. Und haben wir schon eigentlich alles erforscht. Boah. Nachts sieht das Ganze echt cool aus. Nice. Ähm. 6. Nö. War auch nix. Gehen wir mal 4 und 5. Schup. Oh mein. Ah. Sehr schön. Wow. Der sieht schon recht heftig aus. Wir wollen versuchen, ihn an Land zu bekämpfen. Und da ist er eindeutig besser zu besiegen. Nicht, dass ich ihn jetzt schon erkennen würde. Aber ich habe ja auch schon ein paar Let's Plays dazu gesehen. Also Multiplayer Let's Plays. Bam, 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 bam. Au. Ich weiß gar nicht, ob er Gift kann. Bin mir gerade nicht mehr sicher. Er kümmert sich auf jeden Fall nicht um seine eigenen Leute. Für der Attacke muss man echt sich in Acht nehmen. Ah. Come on. Nein. Au. Au. Autsch. Und schön aus dem Level. Na gut. Dann möchte ich mich erst mal wieder kurz heilen. Schup. Und ich kann auch gleich mal das Giftmesser auspacken. Das ist, glaube ich, sehr effektiv gegen ihn. Hallo. Wirf. Au. Ah. Ah. Ich habe gar nicht erklärt, was das unsere blaue Ausdauernzeige bedeutet hat. Ähm. Ich weiß es selber nicht genau. Aber es ist wohl ein... Wow. Okay. Schleifen. Ich habe es kapiert. Bauen wir mal kurz. Ah. Nice. Gerade noch so. Eigentlich war das sogar ganz nett von ihm, dass er uns da unterbrochen hat. Au. Wir haben ihn mal vergiftet. Eventuell. Ich bin kaputt. Please. Das hat mich doch gar nicht getroffen. Okay. Ah. Nein. Du spuckst uns nicht wieder mit Wasser voll. Hallo. Bam. Go. Au. Ich habe weh. Waffenstärke ist wieder gezunken. Ja. Ja. Ihr merkt schon, der... Ah. Nein. Ich wollte nicht ins Wasser. Bitte nicht ins Wasser. Nein. 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 Was ist da? Boah. Gut. Erstmal heilen. Oh. Auf der Tage müssen wir uns echt in Acht nehmen. Bisschen schleifen. Schadet nie. Und er schießt uns gleich ab. Sowas von. Na. Ah. Nicht ganz. Okay. Wir wollen auf jeden Fall versuchen, auf seinen Schwanz zu gehen. Auch wenn wir das glaube ich... Auch wenn wir uns darüber glaube ich noch keine Soh-Sorge machen müssen, weil wir da eh noch nicht Acht tun können. Come on. Au. Wow. Gut, dass ich die extra Sachen zum Heilen mitgenommen habe. Scheinen hier wirklich... Ich muss auf jeden Fall meine Fähigkeit benutzen. Dann... Wo gehst du hin? Oh. Na gut. Wir nehmen mal unser Giftmesser nochmal raus und versuchen damit noch etwas zu attackieren. Aber ich glaube, er ist sogar ein Gebiet gegangen, was uns extrem hilft. Waaah. Hallo. Giftmesser. Waaah. Cha-Cha. Du bist jetzt gerade sehr gefährdet. Ich werfe es erstmal mit Giftmesser voll. Ah. Shit. Schön gemacht. Muss man schon sagen. Waaah. Ich brauche ein bisschen Maxi-Trank. Wäre glaube ich ganz gut. Uuh. Naja, beinahe. Jetzt müssen wir noch schleifen. Please. Lasst mich schleifen. Lasst mich schleifen. Wow. Das war knapp daneben, aber auch vorbei. Also der ist schon ordentlich viel besser, wie ihr seht. Wie ihr an meinem... Man hat glaube ich eher fragwürdigen Performance hier. Äh. Oh nein. Hat mich gestunnt. Ah. Nice. Cha-Cha versucht glaube ich einen tatsächlich aus dem Stun zu holen, indem er einen angreift. Was wirklich eine gute Idee ist. Denn das ist die einzige Möglichkeit, wie man einen Kumpel in Gefahr aus dem Stun holen kann. Bäm. Ich werde es oder ein paar Bomben mitnehmen. Das wäre jetzt echt gut gewesen. Was ist das? Ich glaube, dass die blaue Ausdauerleiste lässt unsere Ausdauer langsamer regenerieren. Wow. Mega Trank. Wow. Ein Fellin? Wirklich? Wirklich? Das macht die Sache nicht einfacher. Ähm. So. Nein. So. Das dürfte perfekter Zeitpunkt sein, um zu streifen. Perfektes Timing. Danke, Cha-Cha. Bam, 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 bam. So. Schön ausweichen. Immer denken daran, dass man spammt, nachdem man eine Ankusskombination macht, damit man so schnell wie möglich wieder weg ist von der Animation. Aua. Er schüttelt sich die ganze Zeit. Ich kann gerade nichts dagegen machen. Okay. Ich muss wohl mehr meine Power benutzen. Bam. Damit können wir nämlich alles schlitzen. Wow. Ah, nice. Jetzt haben wir noch mal ein bisschen Damage hingekriegt. Wow. Okay, wieder ein bisschen heilen, wieder ein bisschen heilen. Wir gehen die Sache ein bisschen langsamer. Würde ich nicht mal sagen an. Wir gehen sie so an, dass wir eventuell auch gewinnen können. Ah. Okay. Ähm. Haben wir noch eine Ration? Rein damit. Nice. Und weiter geht's in das nächste Gebiet. Was, glaube ich, relativ ohne Wasser... Äh. Quatsch. Ups. Wollte ich jetzt eigentlich nicht. Du rollst gleich wieder richtig. Come on. Bam, 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 bam. Au. Wow. Ich weiß, hinter sein... Zwischen seinen Hinterbeinen. Wow. Haha. Der macht hier gerade... Pff. Was er will mit uns. Ehrlich gesagt. Okay. Cha-Cha. Zum Glück kann er uns da nicht treffen. Auch hier B-Spam ist da... Ein sehr guter Tipp. Glaube ich. Äh, was will ich denn eigentlich? Ich möchte... Unterbrich mich bitte. Danke. Na ja, so... Wollte ich denn auch nicht unterbrochen werden. Really? Sieht sogar unsere Attacken ein bisschen voraus. Mh, shit. Come on. So. Bam. Schade. Au. Okay. Super Modus. Ja, what? Hast mich gar nicht getroffen. What the fuck? Komm weg. Bäh. So, und... So. Und? Was machst du jetzt? Nice. Bam. Au. Und du rollst natürlich. Bam. Nein. Schon wieder weg. Ach, toll. Na gut, dann benutzen wir das mal, um uns wieder zu heilen. Wenn das, glaube ich, gerade nicht unbedingt die beste Position dafür ist. Egal. Weiter. Wir schaffen das schon. Hello. I said hello again. Ja, ja. Er subvert schon ein bisschen, was in der Regel ein relativ gutes Zeichen ist, eventuell. What the? Habe ich ihn gerade auf die Seite geschlagen? Nice. Bam, 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 bam. Bam. Au. Come on. Ah, nochmal gesunken. Okay, jetzt müssen wir wieder schleifen. Ähm, was tust du? Was tust du? Okay. Nein. Das ist doof. Au. Mischt. Keine Zeit zum schleifen hier. Jetzt eventuell. Drei, zwei, eins. Boom. Nice. Schafft. Ähm. Wow, er rennt sehr viel in verschiedene Gebiete, wie ihr seht. Das ist heftig. Aber na gut. Weiter geht's. Ich will mich ja nicht beschweren. So schwer ist er dann doch noch nicht. Erstmal. Danke. Das wollte ich auch machen. Bam, 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 bam. Au. Wahrscheinlich gibt's 100 Möglichkeiten, ihn besser zu besiegen, aber... Nein. Hallo? Oh nein. Geht er tatsächlich ins Wasser? Kommst du wieder raus, wenn man hier wartet? Eventuell. Ich weiß es nicht. Kommt er wieder raus? Ich hoffe mal, weil unter Wasser ist, da wird es noch sehr, viel schwerer. Oh, ja. Jetzt versucht er anzugreifen. Nö, er versucht abzuhauen. Dike. Wait for me. Oh no. Ähm. Ah. So, wach auf hier. Ich möchte niemanden, der schläft. Wah, verdammt. Wahrscheinlich hat er sich jetzt wieder ein bisschen regeneriert. Wow. Ist ja beinahe übel gewesen. Nice. Das hat ihn, glaube ich, ein bisschen verletzt. Ich weiche mal ein bisschen aus. Ist, glaube ich, ganz gut. Shit. Ich schaff's nicht mal, rechtzeitig anzugreifen, wenn ich in meinem Supermodus bin. Na, shit. Nice. Da hab ich noch mal ein paar Hits gemacht. Come on. Come on. Das ist echt übel anzugreifen, aber ich glaube, wenn man seinen Face ein bisschen was angreift, ist es relativ gut. Autsch. Come on. Komm wieder hoch. Okay. Äh, wie ihr seht, all gelbes ist, glaube ich, so ziemlich gut verteidigt. Kann man so sagen. Aber sein Gesicht ist relativ... War... Relativ, äh, schwach gegen Angriffe, würde ich mal sagen. Wie, äh, einer der Let's Player schon mal sagte. Er ist schwach gegen Damage. Bam. Nein. Ich versuche ein bisschen auf den Schwanz zu... ähm, anzugreifen. Die Folge wird, glaube ich, ordentlich länger, aber das ist okay. Vor allem bei mir. Oh nein. 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 Ah, gut. Gesundheitserholung plus. Das ist immer nice. Aber ich glaube, ich brauche trotzdem mal einen kleinen Auffrischer. Sehr schön. Und einen Sprintsaft. Sehr schön. Und dann können wir weiter auf ihn drauf. Ja klar. Gerade jetzt, wo ich meinen Sprintsaft eingeworfen habe, ist er wieder weg. Natürlich. Einfach auf sein Face hier. Au. Wie kündest du? Ja, Tatsache. Wir können jetzt länger in unserem epischen Modus bleiben. Für eine kurze Dauer. Das ist sehr interessant. Auch wenn ich jetzt nicht mehr weiß, wann ich überhaupt im epischen Modus bin. Wann nicht. Come on. Ah. Sobald man Damage bekommt, wird man ja wieder rausgeholt. Bam, 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 bam. Oh, schön ausgewichen, wenn ich mal so sagen darf. So, ein weiteres Mal. Bam, 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 bam. Also so ein Sprintsaft ist auf jeden Fall sehr cool gegen jede Art von Boss. Weil wir jetzt für eine Weile auch nichts mehr reparieren müssen. Solange wir im Supermodus sind. So, ein bisschen ausweichen. Immer noch im Demon Mode. Oder wie der offiziell heißt. Hallo? Come on. Schwimmen. Schwimmen. Wo willst du hin? Ach, er humpelt. Ist das die Unterwasserform von humpeln oder wie? Na gut. Wir folgen ihm einfach mal weiter. Unser Sprintsaft ist ja noch aktiv. So. Aua. Come on. So. Ah. Jetzt wird er ein bisschen schneller. Ich fürchte. Ein bisschen zu schnell beinahe schon. Ah, shit. Ah, die Sonne-Wasser-Animationen dauern einfach viel zu lange. Ja, ich glaube, so langsam muss ich dann... Ja, Ausdauerverlust hat wieder begonnen. Das heißt, ich muss jetzt dann sowieso erstmal wieder schleifen. Da ist das Schleifgerät. Au. Ne, das hat mich noch getroffen. What the fuck? Ich dachte, ich wäre safe. Au. Okay, ich muss erstmal warten, bis er richtig angreift. Apparently, he's very strong underwater. Das wusste ich auch schon vorher. 3, 2, 1. Nice. Sehr schön. Gleich mal wieder auf den Heiltrank rutschen. So. Nein, du schläfst es nicht. Willi? Oh, come on. Treffe ihn! Ah, shit. Ich habe ihn nicht an der Schlaf-Animation unterbrochen. Oh, das scheint eine sehr lange Folge zu werden. Aber gut, jetzt sind wir in 8. Ist er hier tatsächlich als letztes? Na gut. Ah, okay. Was tust du jetzt? Au. Da denkt man immer nicht, dass man davon getroffen wird. Naja, dich wollte ich eigentlich gar nicht treffen. Hello. Ja, geh mal ein bisschen auf ihn. Come on. Unter Wasser. Nein. Ah, so. Nice. Ah, das ist so eine komische... Oh, wie der ist einfach mal blockiert. Wir haben es, glaube ich, bald. Andererseits kann das jetzt auch noch eine ganze Weile dauern. Also, keine Ahnung. Ist ja nicht so, als ob ich den Bosses in- und auswendig kennen würde. Ich habe nur mal einen Let's-Play davon gesehen. Bam, 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 bam. Und das war ein Kuop-Modus, wo es auch wieder völlig andere Werte hat. Eventuell. Nein. Immer noch nicht. Okay. Au. Ich verstehe ja schon. Oh, wichtigste Unterwasser-Animation. Hasse? Darf ich das sagen? Ja, darf ich. Unser Sauerstoff-Vorrat geht auch mal zu Neige. Dass ich das tatsächlich mal dem Spiel sage. Weil das Spiel hat jetzt tatsächlich nicht das beste Sauerstoff-System. Oder das Sauerstoff-System, bei dem man sich eigentlich darum kümmern müsste. Juhu. Ach, geschafft. Nach 28 Minuten. Wow. Wenn die Folge noch länger wird, dann weiß ich gar nicht, wie ich es uploaden soll. So. So. Karl-Lutroff-Schuppe. Schwammige Haut. Ah. Jetzt noch ein Autsch. Nein, kein Autsch. Please. So. Karl-Lutroff-Klaue. Okay. Also den hier müssen wir besiegen, wenn wir schwammige Haut haben wollen. Interesting, interesting. Naja. Schub. Schub. Ich schwimme noch ein bisschen. Dann wird die Episode halt eine halbe Stunde lang. Was soll's. Duh, duh, duh. Duh, duh. Gibt's halt. Deswegen habe ich ja von Anfang an gesagt, dass die Monster Hunter-Folgen etwas länger werden. Das zu unterbrechen wäre doof. Außerdem, so oft machen wir ja auch nicht so eine schöne Boss-Mission. Das heißt, da will man ja auch das meiste rausholen. An Entertainment. Naja. Ihr wisst doch nicht, was ich meine. An Objektbox senden. Lutroff-Schuppe. Schwammige Haut. Schwammige Haut. Extrakt. Haut. Hm. Kamm und Haut. Okay. Mähnenstreiter. In der Galerie. Ja, wir wollen safen, wenn's gleich auftaucht. Ah. Sehr schön. Haben wir die Mission mal hinter uns gebracht. Ich dachte wirklich, dass es extrem viel schwerer wäre. Ähm. Was suchst du hier? Ich würde sagen, wenn euch diese Episode gefallen hat, könnt ihr ein Like hinterlassen. Wenn ihr mehr von mir sehen wollt oder nichts mehr verpassen wollt, dann schenkt mir ein Abo und schaut auf meiner YouTube-Seite vorbei. Ansonsten wünsche ich euch viel Spaß mit meinen anderen Let's Play. Bis dann, Leute. Euer Headset Sniper. Oder? Vielen Dank.